Hallo und herzlich willkommen meine lieben Gaming HD Freunde, ich bin Sauer Fabian und heute aus zwei Perspektiven. Die andere Perspektive wird im jeweiligen Video entweder unten eingeblendet, unten in die Kommentare geschrieben oder als Link in die Videos eingebaut. Ja, herzlich willkommen erstmal, Patrick ist dabei, Mathis und Leon. Heute ist Samstag, beziehungsweise ein Spiel aus Freudorf und wir haben es halb sechs und ja. Wir starten jetzt gerade den Dienst in Waffe 2, wir haben heute zu Besuch das TNC 1000, wir gucken uns das mit unseren Jungs ein bisschen an, damit man da ein bisschen das mit dem Fahrzeug arbeiten hinkriegt und eventuell kommt nachher noch eine Bewegungspfad mit den drei Fahrzeugen von uns machen. Und uns auf den Knopf, ja, eventuell kommt nachher dann noch das EEG oder sonst was für ein Fahrzeug von der Waffe. Aber eins, ne, ja, ja, das war halt nicht so das Grundlegende. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei den vielen, vielen, vielen Kommentaren unter unseren Videos. Vielen herzlichen Dank und vor allem an die Abonnenten. Oh ja, die kriegen einen ganz, ganz großen Dank. Um ganz im Gänzchen zu sehen. Ich bin ein bisschen anders, war. Ja, ich bin da, der Rotkurs. Wie? Kennst du den Lied? Soll ich? Nee, ich will die Tür am besten nicht mitnehmen. Am besten nicht. Okay, dann lasse ich mir jetzt mal was zu stehen. Dann gehen wir erst mal das Fahrzeug für den Gangschwuppen. Jo, ich bin schon nicht stehen. Ich bin schon vorbei. Ja, ich bin dran. Ich bin dran. Warte, warte, warte. So, ja. Ja, okay, wir hätten einfach mal gehört. Ja, tschüss. Oh, ich hab Ton auf. Ja, wir haben ja noch ein Punkt mit. Vier Eingängen, die man jeweils abriegeln kann. Und, ja. Nein. Ja, oben, ja gut, dann sind das oben. Schaum ausdrückt. Schaum. Ja, was? Wie muss man das jetzt wohl sehen? Ich kenne nur die anderen. Auf jeden Fall, das hier wäre ein Eingang. Und dann haben wir hier auf den zwei Seiten Ausregeln. Ach ja, genau. So. Dann haben wir ja Lotaus und sowas. Licht hinten drin. Heckwarner. Lampen. Oder dann. Dann fällt bloß noch. Aber das ist ja. Ja, ja, ja. Aber das ist ja nicht so richtig. Da haben wir noch das Licht, wo dann draufsteht, was gar nicht passiert. Hier kann man dann ja mit Anwortschloch dran gehen. Und dann würde ich sagen, ja, okay, gut. Ah, gehen wir weg, ja. Stimmt. Familie. Und eventuell bis oben zum Entleeren. Und dann wäre Mittel beispielsweise Schaum oder so. Und unten wäre es zum Entleeren. Der 11.000 Liter Wasserteil, den man dann aufbauen kann. Und dann wäre es ja nicht so richtig. Und auf der anderen Seite die gleiche, also auch die Leitung hier, kann das Haarzeug ja schon vom unerforderten Home-System finden. Ja. Ich würde mal sagen, wenn wir uns heute gucken, wie viele sind sie denn? Ein TLS-Ship-Tau, der sind reingestellt, also, mit dem Gang. Die Haarze sind noch. Hier geht alle mit aufs Fahrzeug drauf. Fahrzeug fährt neu. Den VHW lassen wir dann heute erstmal dritteln, den brauchen wir ja nicht. Wo geht's denn hin? Über uns Gelände, Fahrerwaffe Anheim. Moment, wir fahren jetzt ein wenig schlau, weil schon die Belange sehen will. Pfff. Oh, wer kasselt denn da noch mal? Ja, ich denke auch mal. Ja. 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 Auf jeden Fall, dann wollen wir mal machen Tele. Ja, aber hier gibt's kleine technische Königskontenten, dass... Ja. 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 Da haben wir mal Kruppenbauern da sieben mal. Wo muss ich hin, Mathis? Ich wollte ein wenig erzählen. Mathis, wo muss ich hin? Das hat jetzt keiner gesehen. Werde noch mal. Könnte ich hin. Ja, was meinst du denn hin? Wo von den Höfen ist, wo die Straße ist? Ich bin dabei. Mein Platz. Und dann kann man nur noch keine Straße aufgehen. Nein, komm nicht. Tja. Nächste Straße. Die Straße, ja. Die Straße, ja. Die Straße, ja. Die Straße, ja. Das ist ein bisschen gut. Ich bin dabei. Jetzt geht es mal rein. Wo kommt das los? Es muss da nichts mit raus. Wir weiten, ob nicht. Ach so. Dann sind wir überall die 6 Uhr und sie haben alles bereit. TSFW 1 an Leitstelle kommen, sind jetzt vor den Höfen angekommen, keine Rauchumwirkung feststellbar kommen. TSFW 1 an Leitstelle. Ja, wir sind auch Einsatzsteller an. Wir waren heute bei Wache 2 zum Übungsdienst und sind dann mitgefahren. Fahren die Straße von den Höfen jetzt ab und gucken, jedes Gebäude einzeln nach. Gibt es noch irgendwelche Auskünfte über Hausnummer oder Sonstiges? Irgendwie Merkmal, woran man sich... ...dass... 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 Ok, er ist verstanden. Ja, ich glaube... ...wird schon nicht schlecht. Ähm... ...dass... 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 ...ja... ...dass... 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 ...der reicht die ganze Zeit nicht. ...dass... 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 ...so... ...wann ich mal noch aus und dann fahren wir hier nochmal irgendwie warm an... ...dass... 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 ...auf dem Home auch nichts gewesen. Nix... ...iueu... ...20... ...eins an... ...s... Soll... ...45... ...zwei kommen... ...zwei, 45, zwei hört... Frage, haben die schon was Neues entdeckt? Äh, negativ... Ja, da darf man noch mal mit sein... Ich nähe und... Ja, das ist verstanden... Und stellen Sie sich ganz kurz hier... ...hinter... und wir... ... bleiben ganz kurz hier und... ...kommen zu Ihnen hin... ...EW-3 mit Einsatzseiten... ...und das Einsatz von Mannschaftsbeichern... ...Kart? Ja, da... ...fragen wir den, äh... ...wir überhaupt noch was... ...wird sagen wir den Einsatz... ...kondigieren... ...weil... Äh... ...negativ im Moment... ...nicht nötig... ...unds fahrt du... ...perfekt... ...und du bleibst mal schnell da... ...die gesagt hast... ...wo letztens der Heckenrande sind... ...einmal die Straße... ...wur sie sind rum... ...auch wenn das mal besser entwickelt... ...ich fahrhier dann... ...die Straße hier einmal... ...n Stück noch runter... ...und wenn hier nichts ist... ...dann... ...nehmen wir den Einsatz zurück... ...dann... ...das fehlt Alarm... ...und euh... ...siemore... ...ma so... ...zu sind schritten... ...Twölf... ...Twölf... ...ähm... ...ähm... ...Kondiert... ...nach halt... ...das ist... ...ähm... ...20... ...ähm... Zwölf, fünfundzwanzig, eins hat mit, äh, hat verstanden, zwölf, fünfundzwanzig, zwei auf. Wir gehen wieder Status aaaanns. Nicht verstanden. Was ist denn? Ah, mhm, ich weiß auch warum. Moment, da ist nicht oben, ich hatte schon den Status doch. Das war richtig, das ist komisch. Hallo? Oh boah, Kinsabee ist leer, ne? Wunderlegger, fertig. Pilatom. Wunderlegger, fertig? Wo sollen die denn? So. Na ja. Patrick, er zwölf, fünfundzwanzig, eins an zwölf, fünfundzwanzig, zwei kommen. Zwölf, fünfundzwanzig, zwei hart. Ja, Frage, wo seid ihr, Frage Standort? Ja, sind jetzt kurz vor Feuerwehrauskommen. Ja, das ist verstanden. Sonst fahrt doch schon mal an der Straße nicht zum Feuerwehraus hoch, sondern weiter geradeaus und fährt der Straßennahme da nicht ein. Und dann stellt, stellt euch da hinten hin und erwartet ihr kurz auf uns. Wir fahren dann mit euch her, beziehungsweise ihr fahrt da hinter euch her. Ja. Ja, ihr fahrt ja und wir bleiben stehen und dann haben wir schlau da tun über lange Wege. Wir haben ja zwei Haarspeln hinten dran und dran. Ich würd sagen, dass wir alle die ganze Stoffleitung werden verlegen. Ja. Weil wir mal gucken, was die können, so gesehen. Das ist wieder diese verrückte Autofahrer. War nett. Ja, dann nehmen wir die Wasserleitung. Warum? Halt den Händel und der Seite. Halt den Händel. Halt den Händel. Halt den Händel. Ich hab' den Lamp-Tachschappen, dass er nicht long. Ich hab' den Lamp-Tachschappen. Jo. Ihhhhh. Der Lamp-Tachschappen, die Lamp-Tachschappen, die wir übernehmen und die Blattdachschappen. Der Lamp-Tachschappen, die wir in der Zeit sind. Der Lamp-Tachschappen, die wir in der Zeit sind. Die Karte oder die Karte? Die Hälfte gibt es alles aus. Ja. Bei der Stelle ist es gar keine Anzeige. Ja, hier kann ich auch. Auch halten wir mal. Ja. Okay. So. So, nach den ganzen Korrekturen haben wir an die Zuschauer jetzt, nach den ganzen Korrekturen, wir haben gerade ein bisschen gesprochen nochmal. Wir haben das jetzt noch gezeigt, wie das alles genau sein, wie das genau mit den Fahrzeugen, wie wir Ihnen zugeteilt haben. Das hier, den ich momentan fahre, ist ja der 12 von 21. Und das müsste das irgendwie in 3 von 20 oder so. Wie die das alles in real einteilen, weiß ich nicht genau. Und ich bleib... Entschuldigt den Fehler, das war wegen der Old Drive-Control-Geschichte. Ja, das ist uns ja noch gewöhnt. So, und nach dem... Kurz bei Patrick war das gerade so, dass wir da weg sind. Auf ihn von... 12... 45. 45. 45. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. Und hier geht die Stärke mit 5 kmh ruhig fahren. Und hier ein paar Jungs und Mädels. Die wollen dann eben hier in die E-Lite kommen. Und erst ein paar Wasserversorgung vom... Da hinten ist ja eine... Mit der E-Lite ist das Handy. Da hinten? Nein. Ja. Das Handy. Ja, dann fahre ich das nicht so. Dann fahre ich erstmal hin schnell, und dann komme ich kurz wieder zurück. Wir machen das von hier bis zu da hinten. Das sind ungefähr... Aktiv Ortschild sind das noch ca. 250 Meter oder sowas. Dann ist der da. Wir kommen im Koord an. Ich nehme das hier und das Ortschild. Und hier unten. Und hier unten mache ich das Sammelstück ran. Und dann kann nämlich... Einmal... noch der schlauere Wasserflug von euch hierbleiben. Und wir können dann noch von einer anderen Position zusätzlich... die erste Wasserversorgung... Weil da hinten ist ne... Ne? Und einmal da vorne. Aber da wir ja das machen wollen, dass alle ein bisschen was zu tun haben. Jo. Schmeiß dann die Gerätefläche auf, wo Schläuche sind, und dann ab dafür. Alles raus, was geht. Hetzte mich nicht einmal. Na ja, hier nehmen wir nicht runter. Äh, was hat zur Unterstützung vom KLF 4000? Nein, da sind keine Schleute drin. Okay. So. Ihr beide. Schnappt euch jetzt. Von eurem Fahrzeug. Eine von den kleinen Hostel. Und ein Standort von unserem Fahrzeug. Ich weiß ja nicht. Habt ihr gefeuert? Nein. Machen wir hier mal weg. Ja. Jetzt haben wir da ja nur drauf stehen. Ja. Dann holen wir das schon hier runter. Und dann... Da vorne bei den... 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 Häuschen... Ist ein... Unterflöderrand. Und der Unterflöderrand... Und der Unterflöderrand... Ist ja wie man damit auch mehr und mehr und mehr und mehr geht nicht schlauert. Und hier alles sammelt. Angeschlossen. Und dann mal... Ne? Und ab dafür. Und ab dafür. Ja, alles... Ja. Und... Ei. Ja. Die wissen, was die Leiddrucker... Nein. Das ist... Ja. Wir sind auf... Das ist auf uns den Leiddrucker irgendwie... Gepackt. Was denn? Ja. Schlau... Ich bin gleich noch kurzem... Weil ich hatte ja hier vorher noch meine Brust... Also hier... Ja... Alles dreckig... Ja... Wenn wir nur strecken laufen... Was weiß ich? Ja, warum haben wir jetzt normal... Es sind einfach... Hier wollen wir uns jedenfalls aus... Ja. Hallo! Hey Leon, wir müssen euer Fahrzeug ja ein bisschen zeigen. Wir müssen euer Fahrzeug ja ein bisschen zeigen. Wir müssen testen, ne? Ja, aber es ist mehr zu mir. Ne? Ja. So, das wird echt so lange aufgenommen, Leute. 1245-1 existiert nicht mehr. Ja. 1225-1 wird. Äh... Ja. 1245-Fahrzeug bestimmt... ...der Wache 1? Nein, es ist jetzt ja kein 1, also es ist jetzt ja nur Übungsdienst. Äh... Wie jetzt? Ist denn momentan Übungsdienst bei der Wache 1 und ist irgendein Fahrzeug der Wache 1 schon besetzt oder raus? Das HLF. Ja, sonst schicken sie doch das HLF hier zur... ...unsere jetzigen Position, das ist am Ortsschild, äh, Ortsausgang Mainburg, das Eingang Mainburg natürlich auch. In der Nähe von der Feuerwehr 2 und ja... ...wir machen momentan Schlagert über lange Wege und ja... ...eventuell könnten die dann... ...wollen wenig mit ihrem Fahrzeug hier ein paar Übungen machen. ...wenn die Feuerwehrleute ins Pässe haben. ...wenn die Feuerwehrleute ins Pässe haben. Wir haben... voll! Achso, zeig mir, wenn wir eigentlich auf dem Türen sind. Mal so weiter löschen. Jo, wiesig, was? Ich bin beim Rapsen da reingekommen. Ich weiß ja, er wohnt. Und jetzt tut das an der Reihe so gut, joa. Wie ist denn jetzt an und an? Ja, dann ist's versperrt! Wir müssen nur nachgefühl zum Wassermatt geben. Ja, ganz verstanden. Wasser bekommen wir jetzt auch schon von der anderen Seite. 12, 25, 1 an. 12... Ja, ok. 12, 11, 1, komm! Schönes Blaulicht habt ihr, aber warum fahrt ihr denn mit Blaulicht? Das ist ne Übung. Das ist ne Übung. Ähm, ja. Das werd ich mir merken. Ich bin ja... Ist er nicht. Hier... Könntest du... Unsere Fahrten hier... Leon! Hallo! So! Lange mir mal gesehen, da? Nee, nee, nee! Könntest du am... Könntest du am... TLF 4000 vorbeifahren und euch da aufbauen? Dann könntet ihr nachher nochmal für unsere Leute so ein bisschen das Fahrzeug zur Besichtigung machen. Ja, 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 ja. Ich stell mich da hin. Ja, dann ok. Ok, kein Stress. Achtung, schneller. Was? Warte, kann man auf der Kreuzung stehen? Werd ich aber... Ey! Ich hab ihn mal die nächsten da gelassen, ne? Ja, ok. Der hat was am Arscher da schon gegeben. Ist ok. Und wenn auch... Irgendwann... Wenn der Bauer das erfährt, ne? Ja! Da jetzt die Wasserleitung und sowas steht, würden wir jetzt sagen, Wasser halt. Jetzt würde das Wasser... Da würde alles abgebaut werden, jetzt sollen sie alles abbauen. Ne? Alles wieder zusammenbauen. Und dann nach... Ich gebe noch das EW3. Wie gesagt, EW2. Und das HALEP. Und wir haben uns eventuell vorgeschrieben, was wir noch zu finden. Also auch unser Passagier finden. Und ja! Boah! Dann sollte das ja cooles Ding gewesen. Mit dem komischen Zwischenfrag und Zinsatz. Na ja! Ich hoffe euch heute dieses Video. Auch wenn es ein wenig kundemolig gewesen ist. Und Patrick, mach vorsichtig! Nö! Aber wenn das kundemolig war, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und ja! Bis zum nächsten Mal! Hau rein! Ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!